Yo Leute, Pure Cracker Fireworks wieder am Start für euch und heute gibt es hier eine Batterie aus der PyroWeb Serie und zwar die Avaton mit 15 Schuss. Eigentlich handelt es sich dabei um die Symphonie von Blackbox. Das ist eine sehr schöne Batterie mit Goldglitterschweif, mit lila Spitzen und grün Stern mit Goldblimmer. Ganz nette Batterie hier auch noch mit 120 Gramm NEM. Packen wir das Teil erstmal aus und schauen uns das erst einmal genau an. So sieht das gute Teil dann hier ausgepackt aus. Gleich schön mit Sternenfuß. Gefällt mir sehr gut und ja, dürfte eigentlich eine ganz nette Batterie werden. Deswegen freue ich mich jetzt auch schon echt auf die Zündung und los geht's. Ich versuche die Zündung zu den Bord. Ich versuche die Zündung zu den Bord. Ich versuche die Zündung zu den Bord. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.